Raikos Grotte ist ein geschütztes speleologisches Gut, welches zusammen mit seiner Umgebung einen Geopark in Südserbien darstellt, nicht weit von Maidanpek entfernt. Bis zu dieser Höhle führt ein Asphaltweg durch Buchen, Ahorn und Eichenwäldern am Ufer des Flusses Malipik und künstlichen Sees Velikisaton entlang. Die Höhle wurde Ende des 19. Jahrhunderts vom berühmten serbischen Naturforscher Jovan Svić entdeckt, jedoch spazierten die ersten Besucher durch diese Höhle erstmals im Jahr 1975. Der Eingangsbereich der Grotte aus Richtung des Dorfes Raikovo war bereits in der Frühgeschichte bewohnt, wovon ein Steinhammer zeugt, welcher in der archäologischen Sammlung des Museums in Maidanpek aufbewahrt wird. Durch Raikos Grotte fließt der gleichnamige Fluss, der sich beim Verlassen der Höhle mit dem Fluss Pascova verbindet. So entsteht Malipik. Nach speleologischen Charakteristiken und morphogenetischen Evolution ist Raikos Grotte eine der interessantesten in Serbien. Sie besteht aus zwei Horizonten, einem Sink- und Quellhorizont. Der niedrigere ist hydrologisch aktiv und der höhere ist trocken. Mit einer Länge von 2.304 Meter der erforschten Kanäle ist sie die längste Höhle in Serbien. Aus der Zusammenführung des Trocken- und Flusskanals resultiert eine kreisförmige Bahn mit der Länge von 1.410 Metern, wobei nur Teile des Trocken- und Flusshorizonts bisher von Touristen besucht wurde. Insgesamt 633 Meter. Die Temperatur in der Höhle beträgt 8 Grad Celsius, während die relative Luftfeuchtigkeit 100%ig ist. Raikos Grotte ist reich an Höhlenornamenten in verschiedenen Formen. Einem schmalen Pfad entlang kann man einige Hallen besichtigen, die ihren Namen nach dem Aussehen der Höhlenornamenten erhielten. Welche aussehen, als wuchsen sie aus der Erde heraus oder als kämen sie wie Wasserfälle von der Decke herunter. An einigen Orten sind die Stalaktiten und Stalagmiten so gut wie durchsichtig und glänzend, aber es gibt auch Teile, wo sie utopisch weiß sind. Die größte und vielleicht schönste ist die Konzerthalle und danach die Kammer der Seeigel oder Orgel. Raikos Grotte bekam ihren Namen nach Raiko Voivoda, der im 19. Jahrhundert lebte. Der Überlieferung zufolge hat er als Gastwirt gearbeitet und nachts türkische Karawane geraubt. Die Raubschätze soll er in dieser Höhle versteckt haben, allerdings wurden sie bis zum heutigen Tag nicht gefunden.